Wer macht die Ansage? Ich? Na du. Achso. Habe ich denn die letzte Part schon mal? Egal. Hey Freunde, willkommen zurück zu Porte 2 Korb. Mit meinem lieben Freund. Oh, der rennt schon einfach vor. Oh, Bäm. Ich habe eine Kamera hier. Oh, Feindschiff. Rennt einfach vor. Hier ist eine Kamera. Ich habe was. Du spielst mit deinen eigenen Eingewanderen. Was hast du gemacht? Orange macht dasselbe wie Blue. Okay, das mache ich. Warte, ich mache dasselbe. Dasselbe geht aber nicht. Ups, ich habe die falsche Tasse. Das war nicht dasselbe. Ah, das war das falsche. Anscheinend auch richtig. Wieso so ein Blödsinn? Das reagiert auf Quatsch, den wir machen? Ja. Oh mein Gott. Schön so Fallout-Tor mäßig. Oder? So ähnlich zumindest. Ich finde das Portal-Tor mäßig. Geschafft. Ihr habt's geschafft. Das Testen hat sich gelohnt. All diese Testsubjekte. Oh Gott. So viele Tests. Die Wissenschaft dankt euch. No, 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 no. Goddammit. Yes, tanzen. Einfach sinnlos. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Und explodiert. Nun zur Wissenschaft. Oh Mann, jetzt hat sie doch noch ihre Testkaninchen. Ihre Laborratten. Verdammt. Und wir helfen ihr auch noch dabei. Und wir freuen uns auch noch dabei, dass jetzt weitere Menschen leiden dürfen. Und da, GLaDOS. Obwohl ich muss sagen, GLaDOS ist noch milde gegenüber die früheren Tests, oder? Wenn ich das mir so angehört habe, mit Caves Johnson, dass er einigen Leuten nur anstatt echtes Rückschluss gehen, eine blaue Farbe. Blaue Farbe. Ey. Das ist mies, ey. So, jetzt kommt das Outro. Und der Hintergrund ist auch manchmal lustig. Hm, was hast du jetzt noch in der Hintergrund? Ach, deine Augen nebenbei. Okay. Soziale Inkompetenz. Aha. Ist undiszipliniert. Ach, gibt jetzt immer schon irgendwelche Titel, wie sie auf uns. Da war ich. Teilt nie. Oh Mann. Schläft nur. Aha. Der Kaputt ist zu, röd. Nie pünktlich. Schlechter Zuhörer. Häufiges nicht erscheinen. Kommt, ach, kommt wieder Würfel. Schlapper Maul. Kommt noch was Spezielles an uns? Oh, hast Montage. Ja, das kommt. Was kommt noch was Spezielles an uns? Was kommen da? Kommt noch was Spezielles an uns. Schau einfach hin. Okay. Ah, darauf habe ich nur gewartet. Hm. Unsicher. Ah, diese Krippel-Tour-Würfel. Zauderer. Ich habe Zauberer verstanden. Kryptisch. Immer zu spät. Da war noch ein paar. Schau mal, Gabe Newell ist gerade links in der Liste. Ah, du musst da nicht. Ich hätte es nicht gesehen. Märtyrer. Ah. Wer ist denn da? Hat Angst vor Nähe. Du machst einen komischen Tanz da. Ich sehe nur die Elf da. Ja, aber was macht er da ja? Ja, eben. Man kann es kaum erkennen. Ängstlich. Aggressiv. Das mag ich. Alles klar. Schüchtern. Liebt Schadenfreude. Das mag sie doch auch. Das ist sicher schon... Sie lässt sich so oft scannen. Naja. Komm selbst vertrauen. Unterschätzt Arbeitsumfang. Tun sie alle. Hahaha. Geil. Bewegt Lippen beim Lesen. Analphabet. Kein Mitgefühl. Masha, frei mich, ob das... Vor allem, weil ich gerade den Torrent gescanst habe. Ja. Ja. Wäre ja cool, wenn es wirklich von den Machern, sag ich mal, die Eigenschaften sind, so teilweise. Ja, das ist so, das weiß ich zum Beispiel. Das wird bestimmt so sein, dass sie sich das schon mal so aufgeschrieben haben. Perfektionist, wo liegt das Problem? Hahaha. Schwarzseher. Du bist ein Schwarzseher, hast gehört. Ich bin nur realist. Ich bin Brandstifter. Überzieht Mittagspause. Hahaha. Sag ich ja. Geil. Ignoriert aktuelle Aufgaben. Hahaha. Nicht mehr lange. Hahaha. Geil. Scheut Verantwortung. Hahaha. Die Drohnen. Hahaha. Die Drohnen. kein... ... Gut, das reicht zur Akte der ersten Person. Sehen wir uns noch andere an. Da war ihr nochmal... Was? Das ist ja selber. Aber sie wissen sich unbedingt auch, oder? Ah, Kate Johnson. Also wir beide. Moment, diese Leute, also die Roboter, es haben wirklich immer diese Roboter gesprochen. Ja, ich wollte gerade sagen, stimmt. Was haben die denn gesprochen? Au! Oh, sie wird nicht gescannt. Na, kommt noch was? Nee, oder? Doch. Doch. Special Fane. Oh, Havoc. Oh, ja. Unser Konfetti. Genau, auf das haben wir eigentlich gewartet. Und darauf haben wir es überhaupt gemacht. Genau, nur deswegen. So. Aber, also ich kenne nur das bis jetzt. Aber du hast ja tatsächlich gesagt, es geht noch weiter. Und wir haben doch eigentlich noch fünfeinhalb Minuten, nee, fast sechs Minuten sogar noch. Okay, dann fangen wir ein bisschen schon die zweite Kampagne jetzt an. Genau, richtig. Würde ich auch so sagen. Okay. Dann. Ich muss das mal fertigladen. Ich warte hier nur auf dich gerade. Ich warte auf dich gerade. Ja, ja, ja. Das würde ich auch immer sagen. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja tatsächlich mal gespannt. Mensch. Wow. Tatsächlich, ja. Das kenne ich noch nicht. Oh, der Pin-up-Woo ging. Nein. So, da wären wir. Okay. Okay. Was? Extra Kurse spielen nach der Hauptkampagne. Kunsttherapie wollen wir als Kurs haben. So. Genau. Okay. Bist du bereit? Ich bin hinter dir. Achso, okay. Was steht denn da? Bei mir steht da Warnung. Extra Kurse spielen nach der Hauptkampagne. Ja, steht bei mir auch da. Das ist halt, damit du die jetzt nicht davor spielst. Achso, alles klar. Ich dachte, das ist halt da im PC. Also hinter der Coop-Kampagne spielt die halt storytechnisch. Ja, ja, okay. So. Ist ja erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es da noch was gibt. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Du verrätst mir auch nicht, um was es geht. Nee. Das möchte ich dann wirklich auch rausfinden. Cool. Es wird lustig. Ja. Aber eigentlich muss sie doch gar nicht mehr mit uns testen. Sie hat ja jetzt ihre Opfer. Ich bin mal gespannt. Jetzt wird sie sich schon alle massakriert. In der Zukunft. Seit euren letzten Tests mit mir sind 100.000 Jahre vergangen. Das ist eine Lüge. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst. Ohne euch. Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Die Menschen wollten unbedingt, dass ich euch meine neuesten Werke zeige. Hier in der Zukunft, wo alle Menschen noch leben. Das erste Werk nenne ich Türme. Es zeigt, dass wir willenlose Maschinen sind, die nach einfachen Regeln handeln und Schmerzen zufügen, auch wenn es uns widerstrebt. Lasst euch aber nicht vom Subtext verwirren. Die wahre Botschaft lautet, sie schießen auf euch. Ja, wir merken das gerade. Ich brauche einen Würfel. Ich kann hier... bei mir ein Portal erstellen. Was wir sind. Ich könnte mich da rüberschießen. Ne. Ne, rüberschießen kannst du dich eben nicht. Aber ne, du kannst es mir rüberschießen und ich kann es auch... Ah, ne, ich hab hier einen Würfel. Ja, und du kannst mich hier... Jetzt kann ich dir erstmal einen Torrents zerstören. Ja, genau. Aber das tut dem weh, die haben auch gerufen. Und das tut mir auch weh. Ach, ihr macht komische Geräusche. Und du hast jetzt auch welche hier, genau. Ich baue aber hier einen Würfel. Hä, was macht der denn? Ich muss aber irgendwie hier die Torrents wegmachen. Ne, du musst mir erstmal den Würfel rüberschicken. Wie soll ich den bitte schon rüberschicken? Du kannst... Ähm... Ah, doch, ich weiß, wie ich rüberschneide. Und da, und dann da oben durch. Ich muss dann wieder zurückgehen dafür. Genau. Ja, achso, ich muss jetzt erstmal hier. Genau, nochmal mit auf den Knopf drücken, bitte. Danke. Genau. Aber dadurch kannst du trotzdem, wenn ich die Torrents hier für gut machen, oder? Stimmt, und außerdem... Doch, das geht. So, jetzt ist das mein Würfel. Ah, ah, verdammt, der hat sich schön hinter mir... Der hat sich schön hinter mir gerollt. Wann? Ich drücke immer den falschen Knopf, warum drücke ich immer F? Ich bin so geschädigt. Hast du gegen F? Ne, ich drücke immer F auf... Bei The Thornet, aber hier habe ich E. Machst du mir bitte wieder... Vielen Dank. Was mir das jetzt bringt, frag mich noch nicht. Ich werde es jetzt sehen, wenn es so weit ist. Was bringt es uns? Was hat's... Hä? Ich sehe es gerade nicht. Ach, wir brauchen beide, wa? Es gibt nur einen Würfel. Ups, Alter, das liegt nicht drin. Ich muss jetzt einfach nur da hingehen. Ich sehe gerade nichts. Aber, äh... Ach so. Du wirst nur wie die Shurrets kaputt machen, sonst komme ich nicht hin. Na gut, dann... Das kann ich ja via Portale... Ne. Ich habe hier sowas, aber... Bring mir das... Ja, das ist doch super! Ach, Mann, jetzt muss ich... Na, siehste... Das war's doch schon. Perfekt. Genau. Ah, alles klar. Okay. Oh, das sind aber echt... Okay, Rätsel ist mittlerweile, wa? Mhm, ja. Okay. Das ist halt eine dumme Idee, das zu tun. Ja, ich glaube auch, aber du kannst da drüben hin. Ach, nee. Nee. Du kannst da drüben hin. Aber guck mal, doch, du hast... Ah, das bringt dir nichts wahr. Du fällst da in eine Suppe. So, hier kann ich... Jeder fährt nicht in eine Suppe. Ähm, da hinten kommt ein Würfel, aber ich komme da gar nicht ran. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ah, hups, das war nicht schlau. Oh. Wurde was probiert. Ach so, das war eh nicht der Fall. Richtig. Okay, wir beenden erstmal die Folge hier. Und wir sehen uns hier in der nächsten Folge. Nicht wahr? Ja, ja. Tschüssi. Alles klar, ciao. Nicht vergessen, Freunde, mir noch ein Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr da freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.